Guten Morgen! Wir fahren jetzt zur Arbeit. Es regnet sehr stark, aber wir fahren jetzt los. Let's go! So, ich bin jetzt auf der Arbeit angekommen und wir sehen uns in 8 Stunden wieder. So, wir sind wieder zu Hause, wir haben Feierabend. Hallo Sammy, hallo! So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin immer noch müde. Ich habe lange geschlafen. Aber wir haben jetzt hier schöne Milchbrötchen bei, das Brötchen. Wir haben eine 7-Up dabei und jetzt geht's ab zur Arbeit. Heute sind Vorstellungsgespräche für die neuen Azubis. Ich bin gespannt, wer sie kommen. Wir machen uns erst mal vor. Und auf zur Arbeit! So, und jetzt geht's wieder ganz schnell duschen! Ja, ich nehme mir jetzt zwei Decken mit oder eine Decke und ein Kopfkissen. Ich werde es mir jetzt auf meiner Couch bequem machen und werde ein, zwei Folgen meiner Lieblingsserie schauen. So, ein Driss, Leute. Da will ich mal eine Serie weiter gucken und dann steht da Synchronsprecher. Wir schützen ihre Sicherheit mit Corona. Deswegen ist das noch nicht auf Deutsch übersetzt. Und ich könnte es so auf Englisch gucken, aber die Stimmen sind halt komplett anders. Und dann fühlt man das nicht mehr so, wo man jetzt so zwei Staffeln mit der einen Stimme gehört hat. Deswegen warten wir jetzt. Wir gucken uns jetzt was Neues an und dann gucken wir einfach mal, wie es weitergeht.